Hallo, mein Name ist Tobias Neumann. Ich bin Sozialarbeiter bei der sozialdiakonischen Arbeit im Bereich der Jugendmedienbildung und betreue und leite die Leofilms Jugendredaktion und auch die Kinder- und Jugendjury beim Kinder- und Jugendwettbewerb beim 32. Filmkunstfest. Ich mache dies mittlerweile seit vielen Jahren. Das erste Mal war ich beruflich dabei, 2016. Ich kenne das Filmkunstfest aber auch schon seit 2013. Da war ich das erste Mal als Besucher dort und ich finde die Vielfalt ganz toll. Ich finde, dass junge Menschen mit dem Kunstfilm in Berührung kommen und auch ernstere Themen aus unserer Gesellschaft sich im Kino angucken können und das mit ihren Freunden diskutieren, völlig grandios und deswegen freue ich mich dieses Jahr wieder mit den Jugendlichen aus der Redaktion und aus der Jugendjury beim Filmkunstfest dabei zu sein.